Hallo und herzlich willkommen bei HotStockFlow. Ich habe heute die Ehre euch Zoom-Info vorzustellen. Ein Unternehmen, welches versucht mittels einer riesigen Datenbank sowohl Marketing als auch die Verkäufe zu optimieren. Wie es allerdings genau um das Unternehmen steht, möchte ich aber im heutigen Video näher beleuchten. Zoom-Info hat eine Marktkapitalisierung von 17 Milliarden US-Dollar, ca. 1300 Mitarbeiter. Gegründet wurde das Unternehmen 2007, allerdings im anderen Namen. Seinen aktuellen Sitz hat es in Wolfram, Massachusetts in der USA und Branchenzugehörigkeit ist dieses Marketing. Anhand vom Kursverlauf sehen wir, dass Zoom-Info nur relativ frisch an der Börse ist, denn die sind erst seit Juni 2020 und seitdem verläuft man eigentlich eher seitwärts. Allerdings sieht man auch, dass die Aktie sehr volatil ist. Wenn man hier von Anfang an dabei gewesen hat, hat man aktuell eine Rendite von 23,9%, wobei der Kurs aktuell eher wieder nach unten geht. Der CEO von Zoom-Info heißt Henry Schack und war der Gründer von Discover.org, ein Konkurrent von Zoom-Info. Und Discover.org hat eben Zoom-Info übernommen und nun agiert das Unternehmen nicht mehr als Discover.org, sondern als Zoom-Info. Des Weiteren wurde zum Beispiel Henry Schack als Fortunes 40 Under 40 2020 gegründet. Und hier wurden zum Beispiel durchaus renommierte Leute gekürt, wie zum Beispiel der Chef von Instagram, Führungspositionen von SAP oder anderen großen Firmen. Also es ist durchaus ein Titel, was für den CEO hier spricht. Vereinfacht lässt sich das Geschäftsmodell von Zoom-Info so beschreiben und zwar hat man eben eine riesige Datenbank und hierbei sammelt man eben zahlreiche Informationen, die im Internet verfügbar sind und verarbeitet die dann zu Profilen, um anschließend dann den Kunden von Zoom-Info anhand von Kriterien quasi den optimalen Kunden zu übermitteln, bei dem die Verkaufschance am höchsten ist. Beteiligt bei Zoom-Info sind zum Beispiel Fidelity Management mit 10,1%, Vanguard, Capital Research, die Allianz oder auch BlackRock und Morgan Stanley, also schon wirklich die ganz großen sind ja auch mit dabei. Zoom-Info ist mittlerweile bei zahlreichen Software bzw. ZRM integrierbar, wie zum Beispiel HubSpot, Salesforce, Marketo, also von Adobe, Google Chrome oder auch zum Beispiel Microsoft Dynamics 365, was ich persönlich positiv werte, wenn man bei so vielen Anbietern schon hinzufügbar ist, da man dadurch mehr Nutzer gewinnen kann. Detaillierter sieht das Geschäftsmodell von Zoom-Info so aus und zwar agiert man hier als Business-to-Business-Plattform mit Hilfe der zum Beispiel der optimale Kunde, also wo die Verkaufsaussichten am höchsten sind oder auch zum Beispiel, wenn sich jemand beim Unternehmen bewirbt, kann man herausfinden mittels dieser Datenbank, wie sehr der zum Unternehmen passt oder wenn man einen Mitarbeiter sucht, zum Beispiel welche Personen zu einem passen. Das wiederum wird dann eben alles ermittelt aufgrund der gegebenen Kriterien durch den Kunden von Zoom-Info. Nachdem dann das alles eben so eingegliedert worden ist bzw. die Werte ermittelt worden sind, wird das eben in einer Rangliste erstellt und die besten Ergebnisse werden natürlich oben aufgeführt und man kann alles in ausführlichen Profilen dann auch noch einsehen, das heißt zum Beispiel eben, was die Person arbeitet, für was sie sich interessiert oder auch wie sie erreichbar ist. Das weitere, wenn man zum Beispiel auch eben einen Kunden gefunden hat, wo die Verkaufswahrscheinlichkeit am höchsten ist, wird auch noch aufgeführt, warum denn zum Beispiel das Ganze für den Kunden so interessant sein könnte. Auch wird eben der Verkaufsprozess überwacht oder eben der Einstellungsprozess eines Mitarbeiters, damit einfach die Datenbank von Zoom-Info hier dazulandt und das Ganze optimiert wird anhand der Ergebnisse und des Prozesses. Datentechnisch bezieht man das hier aus allen möglichen Quellen, wie zum Beispiel aus frei verfügbaren, das heißt also Facebook und Instagram und dann eben auch so digitale Fußspuren, wie jetzt zum Beispiel, wenn ein Maschinenhersteller von Zoom-Info Kunde ist und dann ein anderes x-beliebiges Unternehmen hat vor kurzem zum Beispiel eine Maschine gekauft, auf irgendeiner x-beliebigen Internetseite hat dort eine Bewertung hinterlassen, dann wird diese Person bzw. dieses Unternehmen dem Maschinenhersteller vorgeschlagen, dass die sich zum Beispiel für Maschinen interessieren und durchaus ein potenzieller Kunde wären. Das Ganze wird dann zum Beispiel mittels Algorithmus eben erlernt oder auch, wie man jetzt hier sieht, hat man in etwa 300 menschliche Suche, die halt eben auch versuchen Daten rauszufiltern und zugleich den Algorithmus zu trainieren. Es werden hier wirklich alle x-beliebigen Daten ermittelt, wie zum Beispiel die Bildungen, die Kontaktdaten, was hat sich geändert, also wer wurde befördert, wer wurde entlassen, wer wurde eingestellt, zum Beispiel auch Übernahmen von dem Unternehmen, dann Interessen, also wofür interessiert sich das Unternehmen oder zum Beispiel auch, welche Probleme hat denn aktuell das Unternehmen, wie könnte man dem zum Beispiel helfen bzw. ist es zum Beispiel möglich, dem Unternehmen durch das eigene Produkt zu helfen. Zum Unternehmen gehören prinzipiell drei Bausteine und zwar versucht man eben den Verkauf zu optimieren, das heißt man versucht hier von Anfang an quasi den perfekten Verkauf bzw. Kaufinteressenten rauszufiltern, damit einfach den Unternehmen dann Zeit erspart wird und zugleich auch Aufwand, auch versucht man eben Marketing zu optimieren, also dass die Unternehmen bzw. die Kunden von ZoomInfo gar nicht mehr Zeit damit verschwenden müssen, großartig Werbung bei Personen zu machen, die eh kein Kaufinteresse haben, dadurch erspart man sich dann halt auch wiederum Geld. Auch wie ja gerade schon gesagt, ist es zum Beispiel so, dass man, wenn man Mitarbeiter einstellen möchte, wird zum Beispiel ZoomInfo versuchen, den optimalen Mitarbeiter rauszufiltern oder zugleich, wenn sich jemand bewirbt, kann man zum Beispiel eben die Datenbank anschauen bzw. das Profil von dem und der wird halt bewertet dann anhand der gegebenen Daten, wie sehr der zum Unternehmen passt. Bezüglich dem Geschäftsmodell von ZoomInfo gibt es teilreiche Beispiele auf deren Webseite. Ich beziehe mich hier auf den Fall von Tentcraft. Die haben eben Zelte hergestellt, zum Beispiel für Festivals und da natürlich jetzt alle Festivals und alle Ereignisse eigentlich abgesackt sind, haben die alleine im März 600.000 US-Dollar Umsatz verloren und denen kam dann eben die Idee, dass sie ihre Zelte zum Beispiel für Corona-Teststationen zur Verfügung stellen oder auch für Krankenhäuser. Allerdings ist das Ganze natürlich ein vollkommen neuer Markt und die wiederum haben sich an ZoomInfo gewendet, damit ZoomInfo diese dann mit Daten versorgt, wer zum Beispiel gerade Interesse haben könnte an Zelten, welche Corona-Stationen bzw. Teststationen gerade Zelte brauchen könnten. Und innerhalb des ersten Monats wurden hier 100 Verträge abgeschlossen mit Krankenhäuser oder ähnlichen. Und man sieht auch, dass man 2 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht hat, was bislang der umsatzstärkste Monat in der Geschichte von dem Unternehmen war. Also man sieht hier, ZoomInfo versorgt eben deren Kunden mit wirklich zahlreichen Daten über die Branche, wer wirklich Interesse an dem Produkt hat, damit man einfach ressourcenschonend arbeitet, sei es jetzt Zeit, sei es jetzt Geld oder ähnliches. Für den adressierbaren Markt habe ich eine andere Grafik hergenommen und da wird eben geschätzt, dass der weltweite Digital Ad Spending Market aktuell im Jahr 2020 bei 332 Milliarden US-Dollar liegt. Der wird dann von 2020 auf 2021 wachsen mit 17% schätzungsweise. Und 2024 hat man dann eine Marktgröße von 526 Milliarden US-Dollar weltweit. Allerdings sieht man hier, dass die Wachstumsraten rückläufig sind. Von dem her würde ich den Markt hier als moderat bzw. schnell wachsend einstufen. Aber man kann natürlich auch nicht leugnen, dass hier eine Marktgröße von 526 Milliarden US-Dollar unglaublich viel Potenzial mit sich bringt. Der Umsatz verteilt auf die Regionen sieht so aus. Und zwar macht man sein Hauptgeschäft in den USA. Da hatte man 2019 einen Umsatz von 267,3 Millionen US-Dollar. Den konnte man nahezu verdoppeln im Vergleich zum Vorjahr. Und in der restlichen Welt, die expliziten Länder wurden leider nicht aufgeführt. Aber da hatte man eben einen Umsatz 2019 von 26 Millionen US-Dollar. Und den konnte man fast verzweifachen. Zuerst stieg der um 176,6%. Finde ich natürlich auch im kleinen Stil positiv zu werten, dass man sich hier nicht auf die USA beschränkt. Sondern es gibt natürlich weltweit Unternehmen, denen zum Info hier weiterhelfen kann, dass man sich da einfach nicht beschränkt, sondern wirklich global agiert. Wobei natürlich dadurch eben das Risiko besteht, dass man zu viele Baustellen gerade anfängt, anstatt dann quasi eines zu Ende zu bringen. Bevor ich weitermache, kurz was in eigener Sache. Und zwar würde es uns freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und unseren Kanal abonniert HotStockFlow, wenn euch das Video gefällt. Des Weiteren würde es uns auch noch freuen, wenn ihr den Kanal von Daniel, also InvestFlow abonniert. Und meinen Vermögen durch Verstand. Zahlentechnisch ist hier zum Info ganz ordentlich unterwegs. Den Umsatz konnte man steigern im Vergleich zum Vorjahresquartal um 56%. Mittlerweile ist man auch beim Gewinnen in den schwarzen Zahlen, denn da hatten wir jetzt im dritten Quartal 2020 einen Gewinn von 4,9 Millionen US-Dollar. Das Bruttoergebnis konnte man sogar steigern um 57,7%. Da Eigenkapital hier negativ waren und die Eigenkapitalquote eben nicht berechenbar, im Jahr 2019, lässt sich hier keine Entwicklung berechnen. Persönlich finde ich hier die Eigenkapitalquote von 40,1% als neutral einzustufen. Sie könnte deutlich besser sein, aber es gibt auch schlimmere Beispiele. Die Bruttomarge konnte man nur um 0,9% steigern auf 78,4%. Die Bruttomarge konnte man nur steigern um 0,9% Punkte auf 78,4%. Bezüglich der Kennzahlen lässt sich gar nicht viel sagen, da eben Zoom-Info so neu an der Börse ist. Von dem her hat sich das halt nie berechnen lassen, weil man natürlich auch keinen Kursgegenwert hatte. Das Kursumsatzverhältnis ist aktuell bei 21,4, Kursbuchwertverhältnis sind 57,7 und das Kurs-Cashflow-Verhältnis sind 91,82. Bei der Verschuldung sehen wir Fremdkapital hat man 1,23 Milliarden US-Dollar und Eigenkapital 821 Millionen US-Dollar. Also ist der Verschuldungsgrad hier 150%. Da ist natürlich dann auch nur Luft nach oben, denn da könnte man deutlich stabiler aufgestellt sein. Nicht-Zinns-Tragendes Fremdkapital sind 500 Millionen US-Dollar, Liquide Mittel sind 300 Millionen US-Dollar und Finanzschulden sind 770 Millionen US-Dollar. Also sind die Netto-Schulden 469,4 Millionen US-Dollar und das EBDA sind 93,5 Millionen US-Dollar, schätzungsweise für das Jahr 2020. Somit ergibt sich eine Finanzverschuldung von 5,02 und auch da kann man sich noch deutlich bessern. Die Entwicklung von Umsatz und Gewinn ist hier ein bisschen schwammig, denn man hat bislang jetzt nur die Zahlen von 2018 und 2019 gefunden, wodurch ich jetzt einfach die Schätzungen von 2020 und 2021 ergänzt habe. Aber man soll natürlich nicht vergessen, dass es nur Schätzungen sind und dementsprechend keine zuverlässlichen Quellen. Man hatte hier 2018 den Umsatz von 140 Millionen US-Dollar und den konnte man steigern sogar um mehr als Doppelte auf 290 Millionen US-Dollar im Jahr 2019. Wenn dann die Prognosen beim Umsatz so eintreffen, hat man eine Umsatzentwicklung von 328,57% verteilt auf die 4 Jahre. Beim Gewinn schätzt man auch, dass man 2020 noch rote Zahlen schreibt, allerdings schätzt man, dass man 2021 schon einen Gewinn von 76,3 Millionen US-Dollar schreibt, was natürlich sehr positiv wäre, wenn das so eintrifft. Für den Konkurrenzvergleich haben wir jetzt hier den Trade-Dest hergenommen, da deren Geschäftsmodell natürlich auch darauf ausgelegt ist, Marketing zu optimieren. Anhand der Marktkapitalisierung sehen wir, dass Trade-Dest deutlich größer ist, hier mit 43 Milliarden US-Dollar. Allerdings liegt man beim Umsatz gar nicht so weit auseinander, denn Zoom-Info hat hier 293 Millionen US-Dollar und Trade-Dest 661 Millionen US-Dollar. Trade-Dest hingegen ist allerdings schon profitabel, die haben einen Gewinn von 108 Millionen US-Dollar. Allerdings KGV ist hier 312,5, also recht teuer und Kursumsatzverhältnis ist hier 60,5, wodurch das KUV sogar mittlerweile über den Wachstumsraten liegt, was ich als negativ einstufe und wenn man zum Beispiel Zoom-Info anschaut, die haben hier 21,4 und wachsen aktuell mit 56%. Von dem hier von der Bewertung ist hier Trade-Dest wirklich utopisch teuer, wobei man beim KBV von 51,5 günstiger bewertet ist als bei Zoom-Info. Und beim Gewinnwachstum hat sich jetzt bei Zoom-Info eben nichts berechnen lassen und Trade-Dest ist hier um 116% gewachsen. Prinzipiell wüsste ich jetzt nicht, für welches Unternehmen ich mich hier entscheide, denn ich denke, beide haben hier positive und negative Aspekte. Bei Zoom-Info ist es natürlich so, die Zahlen sind noch nicht wirklich langfristig, das heißt, die kann man gar nicht so werten in dem Sinne wie bei Trade-Dest. Allerdings die Bewertung von Trade-Dest ist natürlich schon wirklich sehr spottlich bzw. sehr teuer. Was für die Aktie spricht, ist zum einen sehr starkes Wachstum, wie wir gesehen haben, dann auch Potenzial eben den Nischenmarkt von diesen großen Datenbanken zu dominieren. Auch ist man sehr margenstark, man war ja hier über 75% und natürlich ist der Marketingmarkt unglaublich groß, wie wir gesehen haben, mit schätzungsweise dann 2024 von über 500 Milliarden US-Dollar. Und da sind natürlich viele Unternehmen tätig, die nach wie vor wirklich sehr uneffizient Werbung gestalten, bzw. die natürlich erstmal analysieren müssen, bzw. selber schauen, bei welchen Kunden schalte ich Werbung, welche Produkte passen eventuell auf den Kunden, während man hingegen jetzt zum Beispiel würde man Zoom-Info nutzen, das alles eben mittels der Profile und mittels der Auswertung hier so vorgelegt bekommen würde. Was gegen die Aktie spricht, ist einfach, dass man keine langfristigen Daten hat, denn die Zahlen haben dann wirklich viel Aussagekraft auf diesen kurzen Zeitraum, deswegen sollte man einfach das hier mit Vorsicht genießen. Auch bezüglich dem Datenschutz ist es natürlich sehr fraglich, wenn wirklich sämtliche Informationen von einer Person oder von dem Unternehmen gespeichert werden in diesen Datensätzen, wobei man natürlich sagen muss, letztendlich sowas wie Google oder ähnliches, die machen nichts anderes, deswegen finde ich jetzt in dem Sinne das auch nicht großartig verwörflich. Des Weiteren ist es auch noch so, die finanzielle Lage könnte deutlich besser sein, wir haben ja gesehen, eben Verschuldungsgrad und auch Finanzverschuldung, die Werte sind zwar in Ordnung, aber es ist wirklich Luft nach oben, denn da ist man ehrlich gesagt nicht ganz so stabil aufgestellt. Beim Kursverlauf habe ich hier 0 Punkte gegeben, allerdings kann man ihn kaum werten, weil es ja einfach so ein kurzer Abschnitt ist, aber aktuell überzeugt mich da eigentlich nicht. Dem CEO habe ich hier volle Punktzahl gegeben, denn zum einen ist es ja der Gründer in Anführungszeichen und zum anderen auch die Auszeichnungen, was er hier erhalten hat, sprechen durchaus für die Kompetenz von dem CEO. Bei der Aktionärstruktur gab es einen Punkt Abzug, weil der aktuelle CEO bzw. allgemein keine großen Insiderbeteiligungen vorhanden sind, das würde ich mir einfach wünschen. Geschäftsmodelltechnisch habe ich hier volle Punktzahl gegeben, da ich denke, dass es einfach einen großen Zukunftsmarkt bedienen wird und durchaus Potenzial mitbringt. Der finanziellen Lage habe ich einen Punkt gegeben, ich wollte jetzt keine 0 Punkte geben, denn da gibt es deutlich schlimmere Fälle, allerdings mehr waren dann auch nicht drin. Zahlentechnisch gab es hier einen Punkt Abzug, einfach aufgrund der fehlenden langfristigen Daten, da man da einfach sich nicht so drauf verlassen sollte, weil man hat ja eben nur von zwei Jahren quasi die Daten. Bewertungen zum Wachstum haben hier volle Punktzahl, denn ich finde ein Unternehmen, was aktuell so mit 56% wächst und hingegen dann ein KUV von 21% hat, ist durchaus fair bewertet. Bezüglich der Zukunft habe ich hier auch volle Punktzahl gegeben, denn man bedient hier natürlich einen unglaublich großen Markt. Bei der Konkurrenz gab es wieder einen Punkt Abzug, denn zum Beispiel sowas wie Datenbanken macht jetzt Google auch, das heißt hier sind schon einige große Konkurrenten vorhanden, weshalb es hier eben 3 von 4 gab. Somit komme ich auf ein Ergebnis von 24 Punkten von 30 möglichen und übergebe nun an Daniel. So, ich habe euch ja die Woche schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf Zoom-Info gegeben und war natürlich auch sehr gespannt auf die komplette Analyse dann des Unternehmens. Also meine Punkteteilung sieht wie folgt aus, der Kursverlauf, der könnte definitiv besser sein, ich habe das ja aber auch schon angesprochen, dass Zoom-Info meines Erachtens nach so ein bisschen unter dem Radar fliegt. CEO und Aktionärstruktur finde ich wirklich sehr gut bei dem Unternehmen, da gebe ich auf jeden Fall die volle Punktzahl. Beim Geschäftsmodell ziehe ich einen Punkt ab, denn man muss natürlich hier immer bedenken, gerade so auch dieses Datenverarbeiten und so, das können natürlich auch andere machen. Das ist natürlich nicht so einfach, das darf man hierbei auch nicht vergessen. Ich finde das Geschäftsmodell sehr spannend, aber man muss dann natürlich auch schauen, ob es in Zukunft vielleicht nochmal neue Innovationen in dem Bereich gibt. Da muss ein Unternehmen natürlich immer hoch innovativ arbeiten mit neuesten Methoden und Techniken und daher ziehe ich jetzt hier mal einen Punkt ab, denn da muss man einfach mal schauen, was dann noch so die Zukunft bringt, auch in den Bereichen, in denen Zoom-Info tätig ist. Bei der finanziellen Lage muss ich wie Tim auch zwei Punkte abziehen, denn die Finanzverschuldung ist wirklich extrem hoch. Dafür ist der Verschuldungsgrad wirklich in einem sehr ordentlichen Rahmen. Die Zahlen finde ich wirklich sehr gut und auch die Bewertung zum Wachstum finde ich persönlich ein bisschen besser als Tim, denn sie haben wirklich starke Wachstumsraten, also weit über doppelt so viel Wachstum, wie das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt. Sie haben ja über 55% Wachstum und Kurs-Umsatz-Verhältnis, knapp über 20%. Daher gibt es bei mir bei den Zahlen keinen Abzug und vor allem auch in den ersten neun Monaten hatten sie ein positives Ergebnis. Das finde ich auch sehr stark. Daher bekommen sie bei mir bei den Zahlen, wie auch der Bewertung, die volle Punktzahl. Bei den Zukunftsaussichten muss ich einen Punkt abziehen, denn wie gesagt, das ist ein breiter Markt. Also der ist nicht uneinnehmbar, auch für größere Technologieunternehmen. Da muss man wirklich immer ein bisschen auf der Hut sein und gerade wenn ein Unternehmen eben auch noch so in einem Anfangsstadium ist und auch die Marktkapitalisierung jetzt noch nicht irgendwie im dreistelligen Milliardenbereich ist, da muss man eben immer gucken, dass nicht irgendwie doch ein großes Technologieunternehmen mal in diesen Geschäftsbereich groß mit einsteigt. Und deswegen muss ich hier auf jeden Fall einen Punkt abziehen, auch bei der Konkurrenz. Wie gesagt, wir haben sie ja mal mit der Trade-Desk gegenübergestellt, die zumindest teilweise in eine sehr ähnliche Richtung gehen. Und da gibt es auf jeden Fall schon jetzt auch ordentlich namhafte Konkurrenz mit dabei für Zoom-Info. Daher ziehe ich hier dann auch einen Punkt ab und komme auf ein Gesamtergebnis von 24 aus 30 Punkten. Bezüglich der Ten-Bagger-Wertung habe ich hier eine 4 von 10 gegeben. Ich halte es einfach für unwahrscheinlich, dass es in den kommenden Jahren, also ich beziehe mich ja auf einen Zeitraum von 5 bis 7 Jahren, dass das Ganze dann eintrifft, denn man hat ja aktuell eine Marktkapitalisierung von 17 Milliarden US-Dollar und dass man eben in so kurzen Zeitraum auf 170 Milliarden US-Dollar anwächst, halte ich für unwahrscheinlich. Ich möchte es aber einfach nicht ausschließen, beziehungsweise einen kleinen Funken Hoffnung habe ich einfach. Denn wenn ich sehe, wie schnelllebig hier manches ist, beziehungsweise wie schnell Unternehmen sich hier einfach mal vervielfachen können, möchte ich das Ganze nicht vollkommen ausschließen. Ich würde aber, wenn ich jetzt auf der Suche bin nach einem Ten-Bagger, nicht auf Zoom-Info setzen. Eine Vervielfachung halte ich durchaus für möglich. Allerdings denke ich persönlich, dass sich das so im Rahmen des Vervier- und Fünffachen bewegt. Bei dem Ten-Bagger-Score erhält Zoom-Info bei mir lediglich drei Punkte, denn sie haben ja schon eine Marktkapitalisierung von knapp 17 Milliarden Dollar und in den nächsten fünf Jahren hier auf eine Bewertung von 170 Milliarden Dollar zu kommen, das finde ich schon wirklich sehr ambitioniert und kann mir das zurzeit noch nicht vorstellen. Ich glaube auf jeden Fall, dass Zoom-Info-Multi-Bagger-Potenzial hat, aber in den nächsten fünf Jahren ein Ten-Bagger glaube ich an der Stelle eher weniger. Ich glaube, dass hier wirklich schöne Renditen auf die Anleger warten können, da sie ein sehr interessantes Geschäftsmodell haben und wirklich starke Wachstumsraten. Aber ein Verzehnfacher in dieser kurzen Zeit glaube ich einfach nicht daran. Nun würde uns natürlich wieder eure Meinung zu dem Unternehmen interessieren. Habt ihr euch sie schon mal genauer angeschaut? Schreibt uns gerne mal dazu eure Meinung in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen!